Geld ausgeben ist ein alltäglicher Akt, der den Kauf von Gütern und Dienstleistungen umfasst. Es spiegelt individuelle Bedürfnisse, Vorlieben und finanzielle Möglichkeiten wider. Menschen geben Geld für Lebensmittel, Kleidung, Wohnraum, Bildung, Unterhaltung und mehr aus. Dabei spielen persönliche Budgets und Sparziele eine wichtige Rolle. Ein bewusster Umgang mit Geld ist entscheidend, um finanzielle Stabilität zu erhalten und langfristige Ziele zu erreichen. Ausgaben können auch den Lebensstil und die sozialen Interaktionen beeinflussen, indem sie Entscheidungen über Konsum und Lebensqualität reflektieren. Geld ausgeben ist daher nicht nur eine finanzielle Handlung, sondern auch ein Ausdruck persönlicher Prioritäten und Werte.